Hallo, zurück zu Let's Play The Long Dark Winter Mute und endlich spielen wir die dritte Folge. Lang, 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 lang ist es hier. Ich glaube über ein Jahr, wo wir die letzte Folge gespielt haben und ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die Geschichte ein. Crossroads Elegy. Nach den Ereignissen melden wir Dr. Atrid Astrid Creamwood von einer rätselhaften Fremden vom Seher Tod gerettet. Ah, die alte Oma. Mitten von wilden Schneestürmen trifft sie mit düllischen Tal auf Überlebenden und muss all ihr Können als Erster aufregen, um ihn zu eräffen. Da wird sie McKenzie finden, um das Rätsel aufdecken, dass sie nach Ausdauermühle führt. Ausdauermühle? Ich suche gerade einen englischen Begriff, weil ich finde den nicht mehr. Gut, wir spielen also jetzt die Astrid. Okay. Ja, ich glaube, machen wir mal fähig, das kriegen wir hin, oder? Ich habe, Gott, hier habe ich keine Ahnung mehr. Ich muss doch gucken, ob ich hier noch irgendwelche Zettelchen rumfahre, habe von... Hm, hm, das ist das falsche Spiel. Ich mache hier für jedes Mal in Let's Place, mache ich mir so ein kuscheles Zettelchen. Dann brauche ich nicht immer die Dinger nachschauen. Was ist das hier? Hm, okay. Habe ich, äh, nicht. Beklegen, Kreiseweil. Ah, doch. Ach, 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 ach. Das allerangegibteste. Hm, da ist schon ein Kaffee draufgeflossen auf dieses Papierchen. Na gut, dann würde ich sagen... Go. Äh, Story benennen. So. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick, and... Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. I seem to recall... A town somewhere up north, far... What was it called? That's it. Perseverance Mills. It was like... Sparks everywhere, and then... Fire. She fought like hell to try and get him out. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crush part. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. It started spitting out noise, but it was all gibberish. Command, Perseverance Mills. Command. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? This is a doctor. Or medical assistance, do you see? What's in the case? I have no idea. Don't worry, pilot. You'll be with her soon. You'll be with her soon. Now the pale morning sins Of forgotten things She plays the tune For those who wish to overlook The fact that they've been blindly deceived By those who preach And pray and teach But she falls short And the night explodes in laughter Don't you come here and say See, I didn't warn you About the way your world can alter And oh, how you try to command it all still Every single time it all shifts One way or the other And I'm a goddamn coward But then again, so are you And the lions roar The lions roar As me evading and hollering For you And I never really knew To tell you what to do And every once in a while I sing a song for you There would rise above the mountains And the stars and the sea And if I wanted it to It will lead you back To me And the stars 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 So, she lives Wo... Wo bin ich? Und sie spricht. Du bist in meine Haus. Du hast eine Säte in der Schnee, ein paar Tage ago. Ein paar Tage? Du bist fast tot. Du bist halbfrozen und dann... ...feverish. Judging von diesen Kuts, du hast mehr als nur die Schmerzen. Ich... Ich bin in ein paar Probleme. Auf der anderen Seite dieser Tunnel. Aus dem Sinne, ich würde sagen, die Probleme in du bist. Wo bin ich? Ich habe dir gesagt, meine Haus. Du bist immer schwach. Rest auf und wir sprechen später. Nein, nein. Ich bin... Ich bin okay. Okay. Seid dich selbst. Dann sprechen wir. Du sagst, wir sind in dein Haus. Aber wie kam ich hier? Ich war da... ...hunter. Ich kam auf dich in der Schnee. Buried. Du bist da da für Stunden. Vielleicht sogar Tage. Ich bin... Ich bin wirklich tot. Aber... Ich bin mal... Ich bin überrascht. Ich bin Molly. Und ich bin nicht zufrieden. Ich bin den Kroh. Kroh? Ja. Kroh. Oder vielleicht ein Räven. Ich habe einen Abbruch. Ich würde mich direkt an. Ich hätte mir nicht. Es ist wohl, dass es nur die Zeit war. Du hast mich hier gebracht. Ich habe Dragemaar gesehen, aber ja. Wir waren ziemlich weit weg. Ich war nicht sicher, dass du es geschafft hast. Ich erinnere mich, was die Tunnel. Und die Wölfe. Sie werden nachdenken, und dann nachdenken. Ich bin immer noch nie. Ich bin immer noch nie. Ja, in den Wald, in der Schmerzen. Du kannst du nachdenken, bis du so glücklich bist. Du hast einfach keinen Weg zurück, wo du warst. Ich war in einer kleinen Stadt. Melton. Auf der anderen Seite. Old Town. Ich habe schlecht aus dem Verlust. Ich habe da seit Jahren gelesen. Du musst du nachdenken, um mich zu finden, wo ich bin. Aber du bist nicht da. Nein. Old Town. Wilton. Wilton. Er ist weg. Die Leute sind weg. Und wir sind weg. Die meisten sind weg. Es war ein Feuer und... Woah. Es ist okay. Du bist okay jetzt. Du bist gut. Du bist nicht zu verletzt. Du hast fast stirbt. Du hast da gewonnen. Das macht lustig für dich. Also... Die Macht hat schon seit einem Zeitpunkt. Ja. Ich glaube, dass es wieder zurückkommt. Du bist zurückkommt. Na ja. Wir sind mit der Kraft zu gehen und weg. Und hier in Pleasant Valley. Also... Wir sind meistens vorbereitet. Es fühlt sich, dass du diese Farbe auf Generator für eine bessere Teil des Jahr. Die Problem ist, jetzt die Generator nicht starten. Oder die Fahrzeuge. Die Faktor. Die TV ist dead. Die Radio wird nicht funktionieren. Basically, das nur funktioniert ist die olde Landline in Rotary Film. Wie ist das möglich? Ich denke, weil es pre-Elektronik ist. Die alten Partie-Line von dem diese Farbe aufbauen wurde, vielleicht 60, 70 Jahre vor. Ich weiß nicht genau wie oder warum es funktioniert, aber es funktioniert. Das ist gut. Kannst du für Hilfe? Findest du, was da passiert? Da gibt es jemanden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das hier wohnt? Keine Ahnung, das würde helfen, wenn du es gefragt hast. Ist das deine Kuchen? Nachdem ich dich hierherhert habe, keine Ahnung, dass ich dich aufbauen wollte. Also, du schiefst ein Bede in hier. Die Zeit ist. Das ist die warmeste Runde in der Haus. Diese Kuchenstöne ist wahrscheinlich, dass wir uns allein halten. Ach, Mackenzie, ja. Also, okay. Ich war im Flugzeug... ... in den Mauten. Das ist, wie ich in den Mauten kam. Ich... ... habe mich separiert von... ... von einem Freund. Sie waren auch im Flugzeug? Ja. Sie machen es nicht? Es war ein Sturm. Wölfe. Ich bin nicht verletzt. Wir sind verletzt. Ich... ... ich... ... ich konnte nicht sehen. Er... ... also, du hast ihn da. Und dann... ... ich... ... bin in die Probleme. Wölfe und... ... ... ... ... ... ... ich bin sicher, dass er gut ist. Ja? Wie bist du so sicher? ... ... ... ... ... ... ... ... Ich dachte, dass du Angst hast. Ja. Und es gibt etwas, was ich aus dem Flugzeug brauchen. Was ist es? Es ist wichtig. Ich muss ihn finden. Ich muss ihn zurückkommen. Du hast nicht gesehen, einen Mann passen durch hier. Keine Ahnung, wie du bist. Aber du hast einen Mann gesehen. Wie gesagt, Keine Ahnung, wie du bist. Oh, Mackenzie. Der Spiegel ist leer. Du brauchst Energie, das bedeutet, dass wir Fleisch brauchen. Ich werde schnell gehen, um zu holen. Okay. Du solltest hier bleiben. Resten ein bisschen mehr. Du fühlst nicht so gut. Danke. Aber ich werde. Und... Es ist nicht sicher da draußen, also bleiben Sie in der Haus. Okay. Ich meine... Bleib in der Haus. Frag mich, was die für ein Vorrat an Kippen hat. Dass die immer noch Zigaretten hat. Oder sie hat die Tankstelle geblümtert. Das kann natürlich auch sein. So, Mackenzie hat uns also gerettet. So, Mackenzie hat uns also gerettet. Manage zu bagen eine Stag, nicht weit von der Farm. Das wird uns fed für ein bisschen. Ich hörte ein Kettel whistling. Ich pute es auf für Tee. So, wir können auch Tee und... Meat. Ich muss mich anfangen zu fühlen, weil das eigentlich so gut ist. Es ist unglaublich, was Hunger macht. Wenn du besser fühlst, dann kannst du Fragen stellen. Was? Was machst du hier wirklich? Das ist eine lange Geschichte. Na... Die Kraft hat vor... Ich habe mich überrascht, wie lange. Wir haben die Kälte, wir haben die Böse, wir haben die Böse, wir haben die Böse, wir haben die Tee und... Meat. Wir gehen nicht mehr. Also, ehrlich gesagt, ein bisschen Geschichte zu erzählen, wäre eine schöne Distraktion. Hä? Ist hier auch Doktor? Nee. Okay. Dr. Astrid Greenwood. Schön, dich zu treffen, Dr. Astrid. Wie ein Head- und Baby-Doktor? Wie ein Lab-Code und Test-Tubes. Ein Forscher. Ah, okay. Also, nicht der sinnvolle Art. Ich muss in eine Stadt, auf dem Norden. Perseverance Mills. You know where that is? Ich weiß nicht viel, aber ja, ich habe gehört. Okay. Well, es gibt ein paar sicker Leute da, und sie brauchen meine Hilfe. Und die Sache, die ich verloren habe, in der Böse... die Sache, die meine Freundin vielleicht haben. Ich brauche es, wenn ich die Leute helfen werde. Die Sache, die ein schwerer Mann, die du in der Böse, in der Böse vielleicht haben? Genau. So, was du sagst, ist, eine Sache, die du brauchst, ist auf der anderen Seite von der Böse, in 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 der Böse, You know what? You kommen hier? To Great Bear? Ja. Not your best plan. Mmm. So, die Leute nach Norden, in Perseverance Mills, Warum sind sie krank? Ich bin nicht ganz sicher. Das ist das, ich muss da sein. Ich habe ein paar Ideen, oder... warum gehen all diese Richtung? Ich habe ein paar Ideen, ja. Aber Sie werden mir nicht sagen, was sie sind? Nein. Ich bin nicht. Und die Sache, die Freundin in der Böse, die Sache, die Sie brauchen, um sie zu helfen? You aren't going to tell me, what it is either, right? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. Ja, for your own safety, würde ich mal sagen. So, when you came in, I heard you lock in a padlock. Same thing, when you went out. am I... am I... locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help. But I'd like to leave. I have to find my friend and... get on with my work. When you're stronger. So... I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, um, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assume, uh, husband. Assumption can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to a... You should just mind your own business. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Looks like I'm not the only one with secrets. 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 This place. I'm really trapped in here. heruntersetzen naja, besser oh, es ist so verschissen dunkel hier ja, es ist willkommen bei the long dark was? ist der schien mal angeschlagen oder was? ne das ist jetzt was, wenn wir uns richtig gegen schleppen würden das ist ein lichtschalter eine uhr oh hm, hm, hm hm, das macht nur denk einen kühlschrank können wir nicht was war das gerade? was denn? reg dich mal ab ich glaube wir laufen noch nicht so ganz rund hm hm die hier stöhnen noch nicht so rum hm oh, kaputte hm 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 ja, der Typ ist zu greifen, das könnte theoretisch das könnte der Bärenjäger sein lieber ja, das ist ja gut hm hm ja, den kämme wohl, ja boah, ist das dunkel 책 ja, istser Moment, wo sind wir? Ich, oh, oh Gott. Da sind wir. Und dann geht es hier noch hoch. Vor allem von draußen scheint auch noch die Sonne rein. Das macht das Ganze nicht noch wirklich einfacher. Hm, dann bin ich wohl richtig. Wenn schon Sprachsamples gibt. Tagobuch, Tagobuch oder sowas? Nein. Das macht das Ganze nicht. Kann das sein, dass wir gleich zusammenbrechen und wir dann ziemlich Ärger kriegen von ihr? Hm. Ich will ein bisschen in den Schubladen wühlen, aber es geht nicht. Moment, da waren wir auch noch nicht drin. Licht, also gibt es ja kein Power. Ha, 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 ha. Oh, was ist denn das? Tisch. Ach so, den, den kann ich jetzt zerlegen, oder wie? Das ist super. Im Bad vielleicht ein bisschen was? Spiele gibt es schon lang keine mehr. Ja, 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 ja. Was? Hä? Ich höre was. Ach, das Telefon. Aber das war doch hier unten. Was warst du so lange? Uh, ha, 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 ha? Danke, Gott, du antwortete. Molly? Ja, das ist mir. Hör auf, Doktor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who, what. It's those damn wolves. They've corned me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But, but wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flowerface. Key to the basement's under it. Look for the gunlocker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry. Okay, okay, I'm on my way. Okay, what? Okay, what? Got it? Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Okay. Heh heh heh. Heh heh heh. Heh heh heh.